Hey, meine Rabalken, herzlich willkommen zu einem Minecraft mit nur einem Herz. Ihr seht das, ich hab unten links nur ein Herz, aber das ist ein ganz besonderes Herz, denn wir können heute Alphabet-Herzen craften. A, B, C, D, E, F, G, A und so weiter. Und je mehr Alphabet-Buchstaben-Herzen wir haben, desto stärker werden wir mit der Weiße aus dem Molinski. Moinski! Diese Herzen haben natürlich auch besondere Fähigkeiten. Wir müssen aber insbesondere am Anfang vorsichtig sein, denn mit einem Herz ist man ganz schön schnell dead. Wir machen eine Werkbank, eine Werkbank, eine Barriere. So, wir haben, das ist ein A, wir haben als erstes Buchstaben, ja, so. Wir brauchen Rode, Wolle und Seeds, easy. Ah, Rote, hier, Rote haben wir schon mal das. Ja, Wolle ist scharf, 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 da hinten sind Schafe. Was brauchen wir, eine Holzspitzhacke? Da kann ich ja direkt zwei Fliechen mit einer Klobbel machen. Nee, wir brauchen sowieso eine Axt früher oder später. Lass mich hier mal in ganzer Ruhe craften und setz mich nicht so unter Druck. Entschuldigung. So, wir brauchen eine Holzspitzhacke natürlich für den Buchstaben. So, wo ist denn? Da hinten ist ein Schaf, wo ist ja geil gewesen, wenn wir direkt ein rotes Schaf gehabt hätten. Das wäre grad sauer. Aber wir haben hier auch roten Farbstoff. Letzbewegen. Ah, ich hab den. Wolle? Ja, ja, ich hab eine Wolle. So, jetzt machen wir mal eine rote Wolle. Dann gerade erst machen wir roten Farbstoff und jetzt machen wir rote Wolle. So, jetzt sollten wir genug haben für das A-Herz. Ich weiß nicht, ob wir das dann beide bekommen, das testen. Bam. Ich hab's. Oh, das A-Herz. Das ist geil unten links, ne? Ja. So, warte, wir brauchen aber unbedingt Brot mal. Ich hab ein bisschen Essensprobleme. Ah, wir haben auf jeden Fall, warte mal. Okay, wir haben Sprungkraft und wenn man Schaden bekommt, dann... Warte, 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 ich muss so, dass ich jetzt nicht sterbe. Oh, verdammt. Jedenfalls spawnt, wenn wir Schaden bekommen, ein Schaf. Vielleicht war das jetzt ein bisschen zu viel. Vielleicht jetzt hier nochmal so. Ah, seht ihr? Ein Schaf. Haben wir ja auch eine unendliche Essensquelle. Elina, hast du meine Axt geklaut? Ich hab deine Axt nicht geklaut. Nee, ich hab nur eine Spitzhacke. Ja, aber wo sollen die dann hier sein, Elina? Hast du verlegt? Nee, ach hier, ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil. Hast du vertüdelt, hast du doch vertüdelt. Du wolltest das ja... Nehmen wir auf das Gegenteil. So, was haben wir jetzt zwei? Wir müssen jetzt den nächsten Buchstaben erraten. Wer ihn errät, wenn einer von uns ihn errät, müssen alle liken. Das ist ein Gesetz. Wir haben zwei Buchstaben, wir müssen jetzt überlegen. Ich sag, es ist ein... Also B wird safe nicht sein. Ich sag, es ist ein I. Ich sag I. Ich sag, es ist ein G. I und G haben wir im Angebot. Okay, dann gucken wir mal. I oder G. Und es ist ein... Nicht verweilen. Nee, in dieser hochauflösenden Form, ich bin mir nicht sicher. Es ist, glaube ich, ein B. Es ist, denke ich, ein B. Aber es ist doch ein B. Ja, es ist anscheinend doch ein B. Leute, ein B, auch wenn es kein B war, könnt ihr aber ja trotzdem... Ja, Mann. Ein Like hat noch niemanden geschadet, Leute. Das ist kostenlos. Oh, es ist da ein Schafgespot. Lord. Hey, weißt du doch. Entschuldigung, ich hab das zum ersten Mal gesehen. Wir nehmen mal alle Farben, weil anscheinend brauchen wir immer die jeweilige Farbe des Buchstabens. Dann können wir die immer alle wählen. So, Seeds brauchen wir, denke ich mal, auch... Haben wir wieder ein Seed gebraucht? Bevor wir aber mit den Buchstaben weitermachen, habe ich hier mal noch ein Experiment vor. Und zwar einen Ofen. Vielleicht können wir hier auch irgendwo den Ofen klauen. Das wäre natürlich einfacher. Und sonst was nicht craften. Nee. Also, naja, ich mach mal einen Crafter. Vielleicht findest du ja einen Ofen oder so. So. Eins, zwei. Du hast Eisen. Nein, das ist Stein, Ben. Ach so. Mein Gott. Wie heißt denn Eisen da nochmal? Hat gar keinen Erfolg, ne? Das hat gar nichts. Weiß ich nicht. So, wir brauchen erstmal nur sechs. Wir haben sogar sieben. So, Ofen haben wir auch. Apfel nehmen wir mit, klar. Und jetzt gucken wir nochmal nach, was wir für B brauchen. Ich hab's ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Ach, wir müssen das Ding ja bünen. Ja, hier, so ist es kommen wir eh nicht mehr. Ich hab ganz viele Öfen, pass auf. Ja, aber wir brauchen eher Brennmaterial statt Öfen. Ach so. Ach so, Holz kann man da Holz nehmen? Ähm... Wir können kaum einsupporten. Hier ist Kohle. Ich hab Kohle gefunden. Ganz viel. Nice. So, B. Ich denke, es ist B. Ah, das haben wir doch alles. Das haben wir doch. Das haben wir doch. Zack, zack, zack. Eine blaue Wolle, ein Seed und eine Steinspitzhacke war das, ne? Hammer. B. Oh, hier ist auf einmal ein Willi. Ja, Special Villager. Oh nein, ich hab mein... Warte los, Selina, warte los. Meiner, meiner tradet auf jeden Fall mit Weizen. Ja, beide machen das. Okay, Weizen. Ein Pokémon-Flugring. Was ist das? Speedboots. Glücklicher Hacke. Oh Gott, die gibt uns Diamantenhöhe. Okay, wir brauchen erstmal 32. Hambi. Hast du alles schon zu Brot gemacht? Bitte nicht. Mhm. Ah, da hinten ist noch was. Weißt du jetzt, da hinten ist noch was, ist noch was. Ja, wollte ich, das wollte ich. Und hier ist auch der Iron Gole Maroni. Können wir den direkt... Ja, okay, das reicht safe. Aber ich glaub, ich weiß nicht, ob wir uns beide... Ja, doch, ich glaub sogar für uns beide. Und dann killen wir jetzt nochmal den... Ah, wir fehlen echt Blöcke hier, Nina, ne? Bin ich ehrlich. Ja, wir müssen. Das sind wilde Zeiten. Inflation und so. Da muss auch mal was vom Haus konfisziert werden, Leute. Es ist... Ich weiß, es gehört sich nicht. Ist auch richtig. Aber in der Not frisst der Teufel heute schon. Scheiße. Wieso gibt der mir denn so einen OP-Auto-Hit, ey? Ich hab direkt Instacaba kassiert von dem. So, weil wie... Wie machen wir das hier? Jetzt scheint er übelst cranked zu sein. Kommen wir da jetzt weg? Okay, gut, 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 gut. So, jetzt eins... Zwei... Drei. Gucken Sie mal ran auf den Meter, mein Guter. Crit! 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 Nice. Vier Eisen. Das ist leider zu wenig. Wir hätten fünf gebraucht. Müssen wir uns irgendwie nach Eisen organisieren. Vielleicht hier... Oh, nee. Hier ist auf jeden Fall... Oh, oh! Da ist ein Schaf gespawnt. Ja. Ist nix, schade. Was brauchen wir denn für C? Gelbe Wolle? Ey, das können wir... Instant. Ich hab gelben... Ich brauch einen Stein, Edina. Ich brauch nur einen Stein für dir. Ach so, hier. Hier ein Stein. Gebraten-Schein? Nee, nee, nochmal einen Stein. So, können wir machen. C. Bam. Es ist halt A, B, C jetzt bisher, ne? C wie Claudia! Ist jetzt D? F. Jetzt kommt plötzlich F. Schwarze Wolle. Ah, das wird kompliziert. Da brauchen wir schwarzen Farbstoff. Okay. Was kann denn das C jetzt? Ähm, du hast den Buchstaben C freigeschaltet. Blöcke im 5... Äh, Gegner im 5-Block-Radius werden angezündet, wenn du sneakst. Ja, ich hab's grad eben gemerkt. Hör mal, Ben. Boah, das sieht krass aus. Boah, das hört sich auch krass an. Boah. Du kannst halt so gebratenes Fleisch machen. Das ist schon sehr praktisch. Das ist praktisch. Aber wir müssen erstmal noch von unseren C-Villagern hier unseren Stuff holen. Weil ich kann doch hier das Flugding, den kann ich doch holen. Ja. Das reicht sogar für beide. Ich hol schon mal schwarzen Farbstoff. Mach das, Edina. Mach das Flugring. Ah, okay. Dann kann ich fliegen. Hm, ja, okay. Okay, okay. Macht Sinn. So, aber bringt jetzt noch nicht ganz so viel. Wir brauchen die stärkeren Items. 5 Smaragde, 5 Eisen. Na, diese Speedboots. Weiß ich nicht, ob wir die brauchen. Die sehen ein bisschen low aus. Wir brauchen 5... Wir brauchen noch 1 Eisen. Ich kümmer euch in der Zwischenzeit mal um das Eisen. 1, 2, 3, 4... Ach, nervt doch nicht rum, Kollege. Ich bin ABCF-Meister. So. 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 So, Eisen haben wir genug. Zack. Wir brauchen noch tatsächlich nicht mehr Eisen. Wir können uns jetzt eh gleich Diamanten erspielen, tatsächlich. Mit der Hacke, nämlich. Das stand ja in der Beschreibung. Die benutzen kriegen wir Dias. So. Ich weiß nicht, was Selina meinte mit diesen Händlern. Das findet man wirklich easy immer wieder. So. Wo ist er denn hier? Ich denke, einer ist gestorben. Anni da hinten ist er. So. Geben Sie mir mal hier diese glückliche Hacke. Bähääää. Zack, zack. Dankeschön. So. Wichtig benutze ich jetzt Dias, oder was? Ah. Ja. 5 Dias. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jetzt können wir direkt den nächsten Trade machen. Da kriegen wir den Wolle-Blaster. Was kann der? Oh. Explodiert das? Ne. Ist das stark? Lass es uns testen. Hm. Vielleicht können wir Elina damit nicht treffen. Lass es mal bei einem Villager probieren. Da. Und. Ach, daneben. Oh. Okay, das longshotet. Oh mein Gott. Okay, das ist definitiv stark. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall stark. Okay, okay, okay. Der Wolle-Blaster, Elina. Oh. Oh. Das war ein Visible Shot. Durch, durch, durch. Ja. So, dann habe ich noch diese Hacke hier. Guck, da kriegt man Dias. Oh, ich gebe dir die Hälfte. Können wir uns ein bisschen Basic-Stuff machen. Weiß nicht. Spitzhacke. Axt. Und eine Hüse. Das erst mal reichen, Leute. Wir haben nämlich eine Mission. So. Nächster Buchstabe. F war das, ne? F, genau. Eisenspitzhacke. Ah, siehste, die habe ich. Weizen habe ich auch. Ich brauche nur einen schwarzen Farbstoff in hier. Ja, dann sind wir da beim nächsten Buchstaben. Den kriegst du hier natürlich sofort gescheckt. F. A, B, C, F. Glückwunsch. Du bekommst alle 60 Sekunden ein zufälliges Item. Naja. Aber was für Items? Komplett zufällig? Dann wäre es tatsächlich nicht so geil. Wir warten mal. Aber wir können dazwischen schon mal nachgucken, was wir für den nächsten Buchstaben brauchen. Äh, das ist ein... Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist ein O, glaube ich, oder so. Denkst du ein O. Weiße Wolle. Hammer. Warum? Ein Eisen. Ein Eisen. Ein Eisen, der Rino. Oh Gott. Ah. Jetzt habe ich was bekommen. Ja, ich habe ein Endsteinziegel bekommen. Ich auch. Ja, aber ist ja Quatsch. Was will man damit platzieren? Wir brauchen keine... Ich brauche auch keine Wolle. Blaster. Easy vernichtet. Spitzhacke, wir bauen Eisen ab. Brauchen bestimmt noch... Wahrscheinlich brauchen wir ab jetzt... Nee, vielleicht auch dir. Ich denke, wir brauchen mindestens Eisen ab jeden Buchstaben, den wir jetzt craften. Vielleicht finden wir hier jetzt noch auf schnelle Basis. Oh, das war... Nein. Knapp. Ich ertrinke und überall sind Schafe. Boah, wir haben doch schon fünf Herzen, Elina. Schafe. Ah ja, wenn man ertrinkt, ist ja übelst die Schaffarm. Ja, ja. Eisenspitzhockey into Buchstabe... Haar, ach, das war ein Haar. Was habe ich denn jetzt bekommen? Das ist eine Hero-Rüstung. Helden-Chessplate. Hero-Helm, Hero-Chessplate, Hero-Boots, Hero-Leggings mit Überverzauberung. Ja, okay, da hat sich der Buchstabe gelohnt. Da hätten wir uns aber auch keine Dieros zumachen müssen, also ehrlich. Was haben wir jetzt als Buchstabe? Ein N. Orangene Wolle. Eine Güterloge habe ich gerade bekommen. So, das ist Rot und Gelb, ne? Warte, wir machen ganz schnell Orange. Bam. Hast du Wolle? Ich habe keine Wolle. Ja, habe ich. Notfalls können wir uns immer selber Wolle holen. Ja, deswegen ist das, glaube ich, auch so, weißt du, weil man das ja immer braucht. Ah ja. Aber wir brauchen eine Gold-Spitzhacke. Jetzt wird es aber... Gold? ...spezieller Mentes. Gold, 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 Gold. Lecker Gold. Reicht auf jeden Fall für eine Spitzhacke? Ach, sag jetzt nicht, das ist geglitscht. Besser ist auch, ey. Wie haben wir denn? Vier. Das reicht aber auch gerade so für eine Spitzhacke, ey. Nehmen wir für die nächsten Dieros. Ach so, brauche ich ja gar nicht. Hab eh genug. Ja, aber ist ja Quatsch. Brauche ich ja gar nicht, lass ich fliegen, ey. So, warte mal. Jetzt machen wir hier einen ganz besonderen Move. Nehme ich den Fliegeball. Zack. Into. Ah. Ja, okay. Das hat erfolgreich nicht geklappt. Oh. Alter, das ist auch Gold. Kein Problem. Ja, auf den Pokéball würde ich mich auf jeden Fall nicht verlassen. Sondern mal so. Zack. Und zack. Und zack. Und jetzt haben wir den nächsten Buchstabe. Nämlich. Okay. Ein Ö. Hä? Das ist aber schlecht. Ein geladener Creeper wird im 30-Sekunden-Takt neben dir spawnen. Was will ich denn damit? Das ist doch schlecht. N weiß ich nicht, was ich von dir halten soll. Schlechter Buchstabe. Ein L. Ja, Goldspitzhacke. Wusste ich es doch. Nun habe ich noch mehr mitgenommen. Wird schnell, bevor der Creeper spawnt. Habe ich am Item bekommen. Schlechter Buchstabe. Echt? Ich nicht. Vielleicht, wenn meine Leistung voll ist. Ich brauche Holz. Oh, da ist er. Oh, Creeper. Zwei. Wir wollen spawnen einfach zwei. Wie unfit. Richtig blöd. N hat uns da Hops genommen. Nächste Goldspitzhacke. Ich hoffe, das wechselt dann irgendwann in. Oh Gott. Türkisewolle. Oh, nervig. Creeper. Das ist wirklich heftig, nervig. Alter Schwede. Wie machen wir denn Türkis, Elina? Grün und blau oder was? Ich habe dich ein bisschen Kaktusgrün. Kaktus nehme ich doch. Gerne, gerne, gerne. Oh, ich kann ja nicht sneaken. Und. Kaktusgrün sogar schon. 15? Ja. Ähm, blau. Aha. Ah, dann färben wir die Wolle-Türkis und gehen zu uns. Wahnsinn, die können uns aber nicht kennen. Wir haben über OP-Rüstung, Elina. Ja. Ich glaube, selbst wenn die genau nebenan explodieren. Ist das keine Gefahr? L. Boah, ich habe irgendwie, ich habe den Dimensionsring bekommen. Uh, ich sehe es. Okay, Right-Klick. Okay, ich komme mit Right-Klick, also mit Rechtsklick in eine andere Dimension. Wir haben noch nicht einmal ein Item bekommen, das wir gebrauchen können. D&D. Nächster Buchstabe, P. Rosa Wolle. Oh. Wollen wir den Dimensionsring mal ausprobieren? Tschüss. Ah, ich kann aussuchen. Ich möchte in den Nether. Ich komme mit. Echt? Achso, du hast den auch. Wah. Okay. Jetzt möchte ich ins End. Aha. Wah, ey. Jetzt möchte ich wieder in die Oberwirt. Ha, geil. Okay, man kriegt aber auch immer ein bisschen Schade. Oh Gott. Kleine Teleportation. Ja, wieso bitte? Nein. Du bist so oben, ich bin so oben. Ah, nein, die Creeper hier. Oh, ich dachte, die hätten mal ein Loch gespawnt da. Das sind wir aber nicht mehr am Dorf, scheiße. Das Dorf ist aber, glaube ich, da hinten. So, dann zünde ich mich mal an. Rosa? Nee, das war nicht Rosa. Ich habe nur Schaden bekommen. Ey, ich habe random Rosa bekommen, Ben. Ach nee, Entschuldigung, war ein Witz. War ein Witz. Ey, weiß und rot ergibt Rosa mit einer Wolle. Ach nee, warte mal. Habe ich eine Wolle? Ich habe Wolle. Ich habe keine Wolle mehr, nehme ich. Ich habe noch dieses Müllding. Nein, 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 nein. Oh, was ist noch hier? Also, wir haben doch eh 1000 Schafe hier. Die Aussage war ja auch eh grundsätzlich verdummt. Oh nee. Jetzt hat er das Rosane gelöscht, weil er die Werkbank gelöscht hat. Und nee, kann er doch eigentlich gar nicht gelöscht haben, oder? Und da hat er alles gelöscht. Nee, ich frage mich gar nicht, warum der es gelöscht hat. Aber er hat es gelöscht. Nervt doch nicht, Elina, beschützt mich mal hier. Die nervt mich. Ach so, Entschuldigung. Ich wollte die Schafe wegmachen. Äh, rot und weiß ergibt rosa. Ich muss ja mal ein ganzer weißer Farbstoff hin. Das mit den Creepern ist wirklich eine Prüfung, Alter. Ja, der erkennt jetzt das DIA-Ding wieder nicht, weil ich da Schaden drauf gemacht habe. Hast du Erde? Haben wir Erde hier? Ja, was brauchst du denn? Ich habe zwei Dias. Ich brauche Dias. Ich habe ganz wenig Herzen. Du hast mir auch Essen gegeben vor zwei Stunden. Ach so, Entschuldigung. Ich habe so viel Müll. Nein. Ich habe keine ganze Lohne. Ich habe nur noch, ich habe keinen Buchstaben mehr. Ich habe nur mein Anfangsherz. Diaspitzhacke, es war. Jetzt aber auch eine schwere Geburt. So, P. Bam. So, endlich. Boom. Ich habe Stärke und ein Lava-Drachen erscheint im End. Was? Ab ins End. Ja, wirklich. Das ist nicht so nervig. Ab in. Das ist ja komplett krank ins End. Ein Lava-Drachen? Oh, ich sehe ihn. Jo, guck ihn dir mal an. Der sieht heftig aus. Lava-Drachen. Ja, der hat... Wie viel zieht mein Wolle-Shooter dem ab? Da ist er. Ey, ich habe einen Endgockter. Ich habe einen Endgockter. Boah, den damit zu treffen ist. Ich denke, das zieht viel. Ja, aber ich denke, da mit denen zu treffen ist eine Schwierigkeit. Aber man kann sparen. Ich kann nicht sparen, wenn... Irgendeiner muss ja mal treffen. Wie kann der denn allen ausweichen? Ist der Samurai oder was? Jetzt aber, oder? Ja. Der war One-Shot. Der war sofort weg. Was soll das hier nicht reingehst, ey? Das waren die Buchstabenherzen. Sehr OP. Flankt. Da will ich den Like-Button. Da würde ich mich sehr freuen. Das ist kostenlos. Einfach das Video liken. Positiv bewerten. Ist ein super Ding. Abonniert auch den Kanal kostenlos. Bis morgen. Euer Benzong. Ciao. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020